Gemeldet war um 12.10 Uhr ein Fahrzeugbrenn. Dass es nicht nur ein Fahrzeugbrenn war, sondern dass es ein Wohnungs- und Gebäudebrenn war. Also die Flammen sind aufs Gebäude übergegriffen. Das Feuer auf das Nachbargebäude, auf den Dachstuhl übergetreten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Wir befinden uns hier am Schulzentrum in Welsheim, also Helmut-Glock-Straße. Und wir hatten hier, gemeldet war um 12.10 Uhr ein Fahrzeugbrand in einem Gebäude. Als wir dann hier eingetroffen sind, konnten wir schnell feststellen, dass es nicht nur ein Fahrzeugbrand war, sondern dass es ein Wohnungs- und Gebäudebrand war. Also die Flammen sind aufs Gebäude übergegriffen. Wir haben dann, es waren ursprünglich fünf Personen im Gebäude, die konnten sich aber selber retten. Und wir haben dann gleich mit der Brandbekämpfung begonnen, haben dann das erste Gebäude durchsucht, haben keine weiteren Personen gefunden. In der Zwischenzeit ist dann bedingt durch den Wind das Feuer auf das Nachbargebäude, auf den Dachstuhl übergetreten und hat dort zu einem Dachstuhlbrand geführt. Und dann mussten wir das zweite Gebäude quasi auch evakuieren. Und ja, momentan sind wir jetzt mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Das erste Gebäude, das ursprüngliche Gebäude, wo das Feuer angefangen hat, ist jetzt Feuer aus, ist aber unbewohnbar. Und das Gebäude, wo der Dachstuhlbrand dann entstanden ist, da sind wir momentan bei Nachlöscharbeiten, müssen das Dach öffnen. Und ja, dann denken wir, dass wir das feuerzügig auskriegen. Im Einsatz waren 50 Kräfte der Feuerwehr oder sind noch im Einsatz, 20 Kräfte vom DRK, Mitarbeiter der Stadt. In Summe hatten wir zehn Fahrzeuge der Feuerwehr, zehn Fahrzeuge vom DRK, Kreisbronnmeister war vor Ort, ein Rettungshubschrauber war ebenfalls vor Ort. Und in Summe hatten wir, wie gesagt, acht Personen leicht verletzt und eine Person, die ins Krankenhaus gekommen ist. Was war das für ein Fahrzeug, das Gebäude hat? Kann man das sagen? Ne, weiß ich nicht. Kann ich noch nicht sagen. Was sind die weiteren Opferkarten der Feuerwehr? Also momentan sind wir eben damit beschäftigt, die mit den Nachlöscharbeiten, wie gesagt, am Dachstuhl. Und wenn die dann abgeschlossen sind, dann ist eigentlich Einsatzende für die Feuerwehr. Das ist gerade wieder großartige Christianity. Das macht noch viel mehr. Das macht noch viel mehr. Das ist great. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020